Der Rosengarten ist auch als Konzerthaus immer einen Besuch wert. Am 16. Mai ist mit Ann-Sophie Mutter ein echter Klassik-Superstar beim Pro-Arte-Konzert zu Gast. Am 24. und 25. Juni steht jeweils ein Akademiekonzert auf dem Programm. Am 4. Juli ist das SWR Kinderkonzert zu Gast. Und am 14. Juli werden die Wise Guys im Rosengarten begeistern. Am 15. Juli wird die scratchita. Am 15. Juli wird die 커� muitas Durchschrift von거야 gerne. Am 15. Juli ist die Akademie-Moment die Szene foi göründef partager. Untertitelung des ZDF, 2020